Herzlich willkommen zum Sicherheitsinterview der Woche. Das Thema dieser Woche ist Ausbildung und Qualifizierung im Bereich der Sicherheit. Wir alle kennen die 34a-Ausbildung. Wir alle wissen, dass Sicherheit in Deutschland immer noch mit, ja, ich sage es jetzt mal, Türstehergeruch verbunden ist. Aber wie weit ist die Qualifizierung und die Weiterbildung, gerade auch im akademischen Bereich in Deutschland, gediehen? Wir haben heute zu Gast den Herrn Oliver Fein. Oliver Fein ist Vorstandsvorsitzender von ASUS Germany e.V. Und ASUS Germany e.V. ist ein Chapter von ASUS International. Und ASUS International ist eines der größten Verbände oder Netzwerke im Bereich der Sicherheit weltweit mit über 38.000 Mitgliedern. Deswegen stellt sich für mich die Frage, Herr Fein, erstmal schön, dass Sie da sind. Herzlichen Dank. Herr Fein, was macht ein Verband im Bereich der Sicherheit bezüglich Aus- und Weiterbildung? Gut, die Aus- und Weiterbildung ist eigentlich eines der Kernthemen aller Sicherheitsverbände, wenn man das mal wirklich genau nimmt. Mit ASUS International ist es aber gelungen, bereits seit Jahrzehnten einen internationalen Standard anzubieten im Bereich der Ausbildung, beziehungsweise in verschiedenen Ausbildungsbereichen, sei es jetzt dem Sicherheitsmanagement, sei es der physikalischen Absicherung oder sei es der Ermittlungstätigkeit. Es werden auch verschiedene Standards und Guidelines, also Richtlinien an die Hand gegeben, die eigentlich weltweit Gültigkeit haben, beziehungsweise weltweit auch so anerkannt sind. Das macht es natürlich für Unternehmen, sage ich mal, die heute global tätig sind, sehr einfach, eine Sicherheitsorganisation aufzustellen, die a. standardisiert ist und b. aber auch über das ganze globale Netzwerk der Firma dann vergleichbar ist, in Sachen Anforderungen und Leistung. Gehen wir mal nach Deutschland. ASUS Germany wird ja am 18. Januar in Brandenburg, an der TH Brandenburg, das erste Bildungsforum veranstalten. Was sind so die Kernthemen dieses Bildungsforums? Für uns ist das Kernthema eigentlich dort eine Netzwerkbildung oder eine Plattformbildung für alle Bildungsträger. Ich glaube, dass wir in Deutschland hier eine wesentlich stärkere Vernetzung benötigen, um auch den Menschen, die auf diese Bildungsträger zugeben, ein optimales Angebot geben zu können. Das heißt, nur wenn man weiß, was man alles hat, was es alles gibt, kann man auch für sich die optimale Auswahl treffen, die optimale Hochschule oder den optimalen Abschluss dort, beziehungsweise, dass man sagt, ja, ich möchte jetzt mehr in die internationale Richtung gehen, dass man vielleicht etwas Fremdsprachiges nimmt oder ein Angebot aus dem Ausland wahrnimmt. Aber diese Plattform an sich muss erst einmal geschaffen werden, dass man sagt, ja, es sind alle Bildungsträger da und man schafft tatsächlich, diese Angebotsvielfalt auch darzustellen. ASIS Germany hat ja auch Nachwuchsförderung auf seine Fahnen geschrieben. Unter anderem gibt es ja auch einen Verantwortlichen für die sogenannten Young Professionals. Was verbirgt sich hinter diesem Programm, Herr Fein? Gut, dieses Programm kommt eigentlich aus dem angelsächsischen Bildungssystem. Das heißt, normalerweise, bevor man sich zertifizieren lässt, nach diesen Zertifikaten, die ASIS anbietet, muss man eine gewisse Anzahl an Berufsjahren haben. Viele junge Talente haben das aber noch nicht und deshalb hat man gesagt, jawohl, es werden gezielt junge Menschen, junge Absolventen gefördert, die sich noch nicht zertifizieren lassen können, aber dennoch irgendwo, sag ich mal, ihre Heimat schon bei einem Verband gefunden haben, dort ihre Weiterbildung planen, beziehungsweise dort auch gezielt andere Förderungsmöglichkeiten für sie gesucht werden. Wir haben für uns in Deutschland, ASIS Germany, für uns auch beschlossen, dass wir sagen, ja, wir limitieren uns nicht auf einen Verband, sondern wir nehmen auch andere Angebote wahr, um auch eine Zertifizierung für diese jungen Menschen möglich zu machen und auch so, sag ich mal, was Sprachbarrieren oder Wissensbarrieren angeht, hier ein Stepping-Stone-Modell anbieten zu können. Und darauf sind wir eigentlich sehr stolz, dass das aus unseren Reihen auch gekommen ist und von uns auch weiterhin so propagiert wird und von der Industrie vor allem sehr, sehr gut angenommen wird. ASIS Germany ist ja nicht nur ein Netzwerk der einzelnen Sicherheitsfachleute, sondern ist natürlich auch im Netzwerk der einzelnen Verbände. Ich denke da zum Beispiel an die Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft, also den ASW-Bundesverband. Und inwieweit ist ASIS Germany dort in den Arbeitskreisen verknüpft, gerade wenn es um Aus- und Weiterbildung geht? Wir haben eine offizielle Partnerschaft mit der Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft, die uns sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, wir haben eine deutschsprachige Komponente in unserem Feld mit angefügt. Uns war auch sehr wichtig, dass wir nicht auf dem deutschen Markt als Konkurrenz oder als zusätzlicher Sicherheitsverband auftreten, sondern wir verstehen uns als Adaption, weil wir uns mehr auf die internationalen Belange der Sicherheit fokussieren und so, sage ich mal, uns ergänzen gegenseitig. Und da ist nach unserer Meinung der ASW-Bundesverband der richtige Partner beziehungsweise ergänzen wir uns optimal. Meine letzte Frage. Wenn Sie das kurz auf den Punkt bringen könnten, warum soll man Mitglied bei ASIS Germany sein? Die Frage lässt sich sehr einfach beantworten. Heutzutage ist fast jeder Mittelständler global tätig. Das heißt, Ihr Sicherheitsproblem, das Sie haben, oder Ihre Sicherheitsherausforderungen, die auf Sie zukommen, sind nicht nationaler Art, sondern internationaler Art, meistens länderübergreifend oder sogar regionenübergreifend. Und man muss einfach den Sicherheitsverantwortlichen oder den Menschen, die dort an der Sicherheit tätig sind, auch das nötige Handwerkszeug an die Hand geben, nämlich auch ein internationales, das heißt internationale Weiterbildung, internationale Zertifizierung und auch etwas, was transportiert werden kann in einer Sprache, die international ist, nämlich Englisch. Herzlichen Dank, Herr Fein. Und wir freuen uns auf das Sicherheitsinterview der nächsten Woche. Vielen Dank.